Herzlich Willkommen im Sifco Gebäude, die dritte Folge. Ich habe das schon geheilt, das Pokémon. Labados. Huch, falsche Tasse. Eben nochmal schnell. Ja, gut. Ähm, und bin hier in diesem Raum, in dem Leute tummeln, die mir irgendwas erzählen. Hier ist es sehr gefährlich. Du wirst mich nicht retten können. Warum nicht? Ich habe einen Labados oder einen Mewtwo. Das wird wohl reichen, oder? Es wäre fatal, wenn das Team Rocket die Sifco oder unsere Pokémon überleben würde. Seine Stimme hat sich währenddessen verändert, habt ihr gemerkt, ne? Was sagst du so? Das Team Rocket ist hinter dem Meisterball her, mit dem man jedes Pokémon fangen kann. Nein! Doch. Tatsächlich, ist das so? Hey, da haben wir Karotte gesehen. Der sprüht nur so vor Gesundheit. Ding, 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 ding. Hi, Forscher. Na? Wie geht's dir? Haha. Du dachtest wohl, ich arbeite für die Sifco. Nein, ich sehe das in deiner trügerischen Brille, dass das nicht so ist. Rich Boy möchte kämpfen. Rich Boy setzt Ghoul King ein. Du kannst nur normale Attacke. Scheiße! Das kommt davor, wenn man darauf plädiert. Okay, ist nicht mehr verwirrt. Okay, jetzt versuchen wir es mal. Komm, einmal, wir schaffen das schon. Yeah, nein, das ist eine Flugattacke. Ach, okay, dann dich. Schade. Ja, genau, jetzt machst du das, oder was? Schnabel! Bezweifle aber auch, dass wir den damit mehr abgezogen hätten. Nach so einer schwachen Horn-Attacke. Rettern. Nächstes Mal rückwärts, das heißt Natter. Das weiß jeder, oder? Natter. Rettern Natter. Hier in der Edition sieht das so dünn aus. Wirklich, das ist so irgendwie ein bisschen dicker. Hi, was bist du? Ein Hyperheiler. Das kann man immer gebrochen, so oft wie bei meinem Schlaf versetzt werden oder sonstiges. Tafel, Wasser, wo bist du? Krasser, Wasser, Kopf. Level 33 haben wir das schon. Lava Dine, das geht klar. Du bist ja so wunderbar. Weiter nach Opendel geht die Fahrt. Einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder wartet hier wieder mal auf uns. Hi. Endstation bis hierher und nicht weiter. Und natürlich hat der Mew direkt an erster Stelle. Gott sei Dank hat er Mew an erster Stelle. Schnabel, du könntest tatsächlich sogar mit Konter besiegt werden. Gucken wir mal. Boah, Mega-Heb. Direkt hat er Mega-Heb gemacht. Bam, Konter. Schnabel. Ja, komm, nochmal. Stirb, du kleines Wesen. Schnabel. Oh, wow. Zaptos. Damit habe ich irgendwie nicht so gerechnet. Muss ich tatsächlich sagen. Two more. Du bist dran. Du scheitest mir irgendwie die richtige Wahl zu sein. Aua. Schlambart. Genieß es. Es ist nämlich umsonst. Aua. Ich habe einen gezogen gekriegt. Kopfnuss. Boops. 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 34. 34. Glurak. Du kriegst auch einen Schlambart. Du siehst nämlich so ungewaschen aus. Und deine Haut ist ganz rot. Vielleicht tut dir ein Schlambart ganz gut. Raserei. Das hat ihn wütend gemacht, als ich sie gesagt habe. Schlaff, du kriegst deine Kopfnuss. Damit er die Schnauze hält. Fucano. Was willst du machen? Du kriegst auch ein Schlambart. Das ist gut für dich. Didi-ding. Bing-doodle-dang. Didi-didle-dai. Mist. Der Mut hat mich verlassen. Du willst wohl nicht vergiftet werden von meinem Smogmog. Aka. Tumor. D-d-d-d-d-dai. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket, Brüder. Aber das musst du zum ersten Mal gehört haben, weil wir sind so berüchtigt, dass jeder davor erstarrt und nicht weiter geht. Ich weiß nicht, ob du der dritte oder vierte bist, muss ich ganz ehrlich sagen. Schade. Oh Mann, ey. Ich denke mal, ich denke mal, ich kann's tun. Und dann verletze ich mich doch vor Verwirrung selber. Das ist mir ein bisschen zu heikel. Wir gucken mal, was Tumor so gegen diese langen, diese, 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 diese böse Zunge machen kann. Überroller nämlich. Die Attacke geht daneben. Hallo? Was hast du für eine Genauigkeit, du scheiß Attacke? Und dann verletzt du dich noch selber. Was ist los hier? Was ist das wieder für scheiße? Oh, ja, dann nicht. Dann kacke ich auf dich. Bam. So, und jetzt will ich wissen, wie viel das abzieht. Okay, das geht klar. Quapsel. Ist das jetzt? Jawohl. Schlammbad. Du Kaulquappe. Ersaufe an meinem Schlamm. Schlammbad. Sehr effektiv. Okay. Level 41, 41, 41. Brüder, ich habe versagt. Ja, Bro, ich habe versagt. Digi, Bro, was geht, yo? Bam, einmal bis zum Ende gerannt. Voll gegen die Wand. Kann man ja hier einfach nicht heilen. Warum nicht? Ich weiß, dass man irgendwo im vierten Stock oder so kann man das machen. Da geht man dann da einfach irgendwie durch oder so. Bingo. Der Türöffner hat die Tür entriegelt und wird die zweite Tür auch noch entriegeln, die wir, glaube ich, schon entriegelt haben. Äh, also da waren wir, glaube ich, schon mal. Jetzt fängt das nämlich an, dass wir da irgendwie schon fast überall gewesen sind. Labbados. 100 Angriff. Keine Ahnung wie viel Verteidigung. Keine Ahnung wie viel Initiative. 125 Spezial wert. Ja, gut, ich wusste es. Ich wusste, den haben wir schon zerstört. Aber hier waren wir definitiv noch nicht. Bist du auch einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder? Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Genau. Du hast gewonnen. Wenn du alles vier besiegt hast, dann gibt es einen Preis. Und zwar... Nichts. Oh ja, berüchtigt für deinen Bisa-Floor. Ah, iiih. Äh, selbst das haben wir noch einmal. Schnabel. Du Warzenkröte. Was auch immer Bisa-Floor darstellen soll. Feuerwirbel. Wir haben nur noch einmal Feuerwirbel. Guck mal, und jetzt würden wir Verzweifler einsetzen. Entschuldigung. Schade, dass Feuerwirbel nicht noch eine Chance hat, es zu verbrennen oder so. Null, 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 null. Okay, du hast dein Bestes gegeben. Ich sehe schon. Komm, flammender Drache. Zeig uns, was du drauf hast. Barriere. Schlitzer. Ich bin nämlich ein Schlitz-Ohr. Fladrago, du coole Socke. Kannst du Gargarados mit Schlitzer besiegen? Hm, das könnte nämlich möglich sein. Denn dieses Gargarados, dem fällt nichts ein. Hyperzahn, das ist doch viel besser als Biss. Stirb, Mann. Oh je, ich wurde besiegt. Aber meine Brüder rächen mich. Die sind alle schon besiegt worden, Junge. Bild dir bei nichts drauf ein. Okay. Ah, hier ist es. Du siehst müde aus. Komm, ruhe dich kurz aus. Danke. Gib nicht auf. Für dich tue ich alles, Schwester. Das lasse ich mal zu, damit ich weiß, dass ich da noch nicht war. Boah, wie viel, welcher Stock bin ich denn jetzt? Genug von deinen dummen Spielchen. Wir können das nicht mehr ertragen. Bang, dang. Duggel, ding, duggel, die. Nidu King. Nidu King hat Style. Nidu King hat Style. Was kannst du für Attacken? Das scouten wir erstmal Attacken. Okay. Horn-Attacke, natürlich. Duggel, ding. Nidu King ist vorne so mächtig groß, ey. Fuchtleid. Wenn wir das gekonnt haben, das wäre mega krass. Aber der kommt gar nicht dazu, diese Attacke überhaupt einzusetzen. Deshalb gehen wir zum Acholo und fliegen ebenfalls in die Luft und töten es mit einer Fliegen-Attacke. Fliegen-Attacke. Fliegen, haut rein, Mann, Lavados, du bist cool. Wir sind ganz schön erschöpft. Duggel, ding. Bingo. Hi, wer bist du? Hilfe, ich habe Angst. Brauchst du dich, Schätzchen? Komm, wir beide Arme und wir fliegen auf meinem Lavados durch die Erdgeschichte. Wo kommst du denn her? Versteckst dich hier. Willkommen im neunten Stock. Fuck, es ist nett, dass du mal vorbeischaust. Was, ist sonst keiner hier hochgekommen, ne? Du bist so der Dulli, der hier oben warten muss und hier alles bewachen muss, wo keiner ist. Weil du dumm bist. Los, fliegen! Also, ich mache schon mal vorher Genesung. Was kommt jetzt? Boah. Wir haben den Liederbehezi. Ich bin geschockt. Du bist so schmächtig und stark. Netter Versuch. Der Sitzungssaal befindet sich aber noch ein Stockwerk höher. Du kannst keine weiteren Items mehr tragen. KP Plus. Ich wusste gar nicht, dass ich so etwas besitze. Jeder KP rettet einen. Lavados ist nämlich cool. Wir behalten Lavados jetzt einfach. Ich finde, Lavados ist ziemlich cool. Puckepuppel. So hat man auch nicht. Müll. Wird das ja alles wegwerfen? Äh, wegverkaufen? Top-Elixier. Kann man gebrauchen. Was ist das nochmal? Todeskuss. Was ist das hier? Blassteiger kann eh keiner lernen. Konfusion. Können die schon, die das lernen können? Das haben wir schon. Ja, gut. Dann Müll. Sorry. Trank. Das ist sehr schön. Was du an mich denkst. Trank. Trank kann ich sowas von gar nicht gebrochen. Außer jetzt. Wow, 16 Kraftpunkte. TM10. Ich habe nur gehofft, dass da eine TM ist. Ich weiß nicht, welche hier ist. Eigentlich so. Eierbombe oder so. Keine Ahnung. Giftstachel. Das freut uns. Giftstachel. Das ist so cool. Ja, Salat mit Giftstachel. Das wäre ziemlich, ziemlich cool. Labanus mit Giftstachel ist auch ziemlich cool. Und die Hauptsache, das Gift-Pokemon in unserem Team kann kein Giftstachel lernen. Giftstachel sind gut gegen Pflanzen-Pokemon. Pflanzen, Gift, Gift, Käfer in der Edition. Gift. Ich habe keine Ahnung. Eiersalat. Letztes jetzt einfach Giftstachel. Das ist scheißegal. Hauptsache der Slot ist frei. Reflektor weg. Reflektor vergessen. Und Giftstachel. Warum sind das nur so Drecksattacke? Ich bin fertig. Da habe ich echt kein Glück. Das finde ich echt nicht so hoch. Das finde ich echt nicht so hoch. Hier war ich eben schon. Sie hat ja gesagt, sie braucht Hilfe. Und hier ist der 10. Stock, wo nur ein Trainer, glaube ich, ist. Hi. Stopp. Hast du einen Termin beim Boss? Na, ich komme von hier nicht mal zu deinem Boss. Das wissen wir doch alle. Du kannst uns nicht linken, Walunke. Magnetilo. Lavadine. Lavadine. Feuerwirbel. Das macht er mit seinen Haaren, die Attacke, glaube ich. Denn der hat dann nämlich einen ziemlichen Feuerwirbel. Witzig. Feuerwirbel. Du kamst nicht mal zum Angreifen. Blutzock. Schnabel. Aufgespießt. Und direkt gegrillt und gegessen. Oh, Lamus. Das wäre ein mega geiles Pokémon. Mega geil. Das hätte ich gerne. Ich hätte gerne, um ehrlich zu sein, ein Pflanzen-Pokémon, das auch funktioniert. Das ist Psycho-Wasser. Psycho-Wasser mit einer hohen Verteidigung. Da haben wir bis jetzt nur den Neptun, der was dagegen machen kann. Das meine ich. Ein Elektro- oder ein Pflanzen-Pokémon, das funktioniert, wäre ziemlich gut. So kann ich nur Knochen-Rang einsetzen. Ich meine, das ist Level 25. Trotzdem sind wir da so im Vorteil, ne? Aber schön ist das nicht, was wir da zu bieten haben. Saptors. Oha. Ha. Aber damit hast du nicht... Oh mein Gott, es hat es überlebt. Nein. Neptun. Du kannst auch Kabuto besiegen. Denn das ist deine Spezialität, du Knochenmann. Du bist das coolste Enteron dieser Erde, glaube ich. Die Pokémon von unseren Bossen werden dich fertig machen. Ich hoffe nicht. So Mewtwo auf dem letzten Drücker noch, das wäre ziemlich uncool. Mh. Erdgeschoss wäre ja ganz unten, da wollen wir nicht hin. Aber im ersten Stock bis zum dritten haben wir, glaube ich, noch was ausgelassen. Nehme ich an. Die haben wir schon alle fertig gemacht. Mann, was geht ab? Ey, Mann. Nein, 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 nein. Wir müssen noch die Frau da unten erreichen. Das erreichen wir anscheinend nur mittels Teleporter. Hier vielleicht? Hä? Habe ich dich schon besiegt? Ja. Denk, 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 denk. Jetzt bin ich verwirrt. Hier kam ich her. Ja. Na klar. Bingo. Das ist da, wo ich so geradeaus noch durchlaufen kann. Das ist quasi, äh... Ne Variante, schnell zum Boss zu kommen. Ich arbeite dafür, dass Team Rocket durch Silvco zahlt zu wenig. Was? Team Rocket zahlt mehr? Das ist ja ein großes Unternehmen. Das wundert mich jetzt. Wahrscheinlich hast du bei Team Rocket einfach mehr Urlaub. Dann kann ich das verstehen. Hm, 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 hm. Laverdine fliegt hoch im Poch. Zack, Stami. Wenn Stami Todeskurs lernen würde, wäre das... Auch das wäre gut. Du bist doch kein Gegner für uns. Sander mehr, Sander mehr. Fliegen wir davon. Dein Giftstachel kannst du dir in die Haare schmieren. Du Igel. Schnabel. Todattacke für dich. Und die haben den Rich-Boy besiegt. Du bist aber schon Rich. Du hast mich erwischt. Ich wollte das nur wegen dem Urlaub machen. Sonderbombo. Das finde ich sonderhaft. Sonder war gut. Benutzen wir auch direkt. 1000. Okay. Nein. Surfer nicht. 3000. Ladrago. Zerschneiderkader. 1000. Lohnt sich noch gar nicht, so einen Sonderbomber zu benutzen. Deine Pokémon scheinen dich sehr zu mögen. Ach so, nee. Ich weiß, wo der Weg ist. Das ist das, wo ich eben noch nicht durchgegangen bin. Aber das war der Teleporter davor. Boah. Labbadine, du cooles Ding. Es hat sich trotzdem in mich verwandelt. Ja, aber so geht das denn daneben. Zitto ist schneller als ich. Gibt's ja gar nicht. Er hat doch meine Statuswerte kopiert. E-Woli. E-Woli ist irgendwie cool. Ich weiß nicht, wieso. Deswegen gibt's ja auch Let's Go E-Woli für die Leute, die in meinem Kanal dabei bleiben. Oh, Level 36. Schnabel. Ich hab gar nicht ordentlich die Räume abgesucht. Das tut mir jetzt echt leid. Aber denen musste ich nochmal eben das Maul stopfen. Haben wir nochmal die Dame. Ob sie uns heilt. Gib nicht auf. Ja, es war eine sehr kurze, aber auch eine sehr wilde Nacht mit dir. Hauptsache, wir können da einfach rumchillen. Und schlafen. Während dir das Team Rocket so Unruhe macht. Äh, das finde ich nicht sehr logisch. Aber das ist ja Absicht, ne? Ich weiß. Ich würde schwören, irgendein Teleporter führt zu dieser Frau, die mir Dings beibringt. Aber keine Ahnung. Die eigentlich Finale gibt. Wir wollen ja die TMs alle haben. Habe ich mir sagen lassen. Hey, das ist doch hier vorne. Hey, das ist doch hier oben, Mann. Das ist eine Abkürzung. Merkt euch den zweiten Stock. Der ist der wichtige. Das hier ist der dritte Stock. Das hier müssen wir noch öffnen. Das hier müssen wir noch öffnen. Bingo. Ja, das müssen wir noch öffnen. Megablog finde ich beschissen. du hast den megablock weggeworfen eis heiler brauche ich nicht weiß ich doch bescheid mann ich mach das doch hier nix abwehr auch zum wegwerfen und nur kacke in diesen raum wer bist du denn siehst du nicht dass ich mich verstecke nein mein pokémon erwartet sich und ich erwarte dein pokémon heute abend um sechs bei mir radikal das habe ich noch nicht die progeste sehen das weiß ich noch radikal alter klasse ding 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 roten schlag schnabel reicht aber gute ruckzuckie das haut mich was weg dieses radikal ist ein perfektes schwächliches pokémon ist doch nein 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 nicht fahrstöfern das ist doch jetzt kommen wir stockwerk vier da haben wir das ja her sprich sprich hier ist alles jetzt hier ist anders jetzt muss ich nur noch den weg zu der frau finden eigentlich das wäre ziemlich brauchbar vielleicht kommen wir per zufall oder auch so dahin das ist ziemlich gut zu hilfe nein bitte nicht du bist gar nicht vom team rocket ich dachte schon das ging mir zu ende hier benutze diese tm die wollte ich dagegen auch einsetzen komm sei was gutes furienschlag wunderbare attacke die zum kotzen ist zum kotzen hier du kannst furienschlag lernen das ist besser als stakkato oder das gleiche ach ja das ist ihre technik gewesen gegen team rocket weil sie selber eine furie ist wo bin ich hier hier war ich schon die diamantwörmigen felder sind teleporter eine art hightech transport system ja das ist ziemlich cool wenn du das schon so erwähnst hier waren wir schon das ist stock 1 oder so ne kann das sein ja hier kann man vom ersten stock hin was geht ich bin so dumm hi hilfe ich bin ein mitarbeiter der silfko nicht er denkt wir fallen darauf rein aber mit deinem liduran weiblich kannst du uns nicht gefährlich werden fliegen ha warum sind die tms hier so kacke kann mir das mal wirklich jemand verraten warum sind das nur so scheiß attacken naja immerhin gibt es 50 ne ich glaube in der spielade da werde ich mir auch noch welche erspielen was heißt erspielen ich werde die einfach kaufen oh blitzer das wäre auch nicht schlecht feuerwirbel ah ich glaube sein spezialwert ist hoch und seine initiative wert blitzer ist hier noch ein richtiges monster n mm da 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 mm 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 warum geht dir tack immer so oft daneben und dennoch noch dieser sandwirbel Das finde ich wohl kacke. Stirbblitzer. Komm, einmal noch, ja. Er hat auch einen schwarzen Fuß, genau wie Aquana. Jawoll. Jetzt rastet er das aus. Jetzt hält er sich für den König der Lüfte. Oh, nein. Ich hätte das nicht zu laut sagen sollen. Oh. Ich muss mal was gucken. Aha. 27 Minuten schon. Wo sind wir hier? Aha, hier sind wir hier. Okay, ich weiß nicht, wo wir sind. Aber hier waren wir schon überall, soweit ich weiß. Äh, huch. Machen wir uns das doch einfacher. So, Stock 2. Hier heilen wir uns nochmal. Geht jetzt langsam zum ultimativen Showdown. Du siehst müde aus. Komm, ruht dich kurz aus. Gib nicht auf. Komm, ruht dich doch nochmal kurz aus. Gib nicht auf. Hier, der ist der heilige Transporter, Teleporter. Von dem kriegen wir auch noch ein Pokémon geschenkt. Bin gespannt, welches Pokémon das sein wird. Ich finde, das nehmen wir als Endkampf und ein Encounter und dann geht das los hier. Dann ist die Folge vorbei. Was hat dich aufgehalten, Laryko? Ich stehe hier schon seit geraumer Zeit rum. Hahaha, ich wusste, du würdest hier vorbeikommen. Ich schätze, dass Team Rocket hat dir ganz schön zugesetzt. Ich habe dich in Saffronia City gesehen und mich gefragt, ob du seitdem besser geworden bist. Stalker, wo hast du mich denn gesehen? Bin mir ein paar Mal durchgegangen und eher so, boah, ich habe jetzt schon eine andere Pose und so. Haha, Quapsel. Mein stärkstes Pokémon. Okay, fliegen, Labadine. Aua, das tut ein bisschen weh. Das tut auf jeden Fall ein bisschen weh. Aber der Schnabel tötet dich. Ammonitas. Ammonitas ist eine gute Wahl. Hervorragend. Jetzt hätte ich gerne mein Pflanzen-Pokémon wieder. So muss ich auf Neptun umschweifen. Tim. Horn-Attacke. Boah, das ist keine Horn-Attacke? Mit was für einem Horn eigentlich? Knochen-Merang. Hier nur ein Rückflug. Hast du vergessen, wa? Sehr effektiv. Labi 37 schon. Das hat gut aufgeholt. Das hätte ich gerne, das hätte ich gerne, das hätte ich gerne. Knochen-Merang. Gut, dass ich dir das beigebracht habe. Dieses Pokémon ist nämlich mächtig gegen Mewtwo. Konfusion! Zerstöre sein Leben. Dratini. Aurora-Strahl, Neptun. Perfekt. Neptun rasiert sie alle. Los! Aurora-Strahl, Neptun. Boah, Boah, Schnabel. Surfer! Ich brauchte nur ein Pokémon gegen ihn. Das finde ich eine Sauerei. Boah, Level 43 und wir haben die Karotte besiegt. Mann! Du bist so gut, dass du gegen den T-Rocket-Boss antreten kannst. Du auch, oder? Also, Lariko, ich ziehe dann mal weiter. Wenn ich in den Pokédex sehe, erkenne ich, wie stark die Pokémon sind und wie sie sich entwickeln. Das sehe ich leider nicht. Bei mir steht ein hundert zerscheißte. Was hast du für ein Pokédex gekriegt, du? Ich werde zur Pokémon-Liege gehen. Dann werde ich die Top 4 ausstechen. Bald bin ich der mächtigste Trainer der Welt. Viel Glück, Lariko. Und trainiere du schön weiter. Ciao. Ciao. Ja. Gut. Oh, du bist kein Rocket. Kommst du, um uns zu retten? Klasse. Vielen Dank. Nimm dieses Pokémon als Dankeschön. Amoroso? Na klar. Hm. BVB. Legende. BVB. BVB. Ähm. BVB. BVB. BVB-Star. Ne, richtig einfach. Level 15, ne? Ist nicht genug vom Platz, wenn das Pokémon BVB-Star wurde mittels PC im Pokémon Box 1 transferiert. Das Pokémon heißt Labras und ist sehr intelligent. Es hat bisher bei uns im Labor gelebt, aber bei dir ist es besser aufgehoben. Du wirst Labras sicher ein guter Trainer sein. Es ist ein guter Schwimmer und kann dich übers Wasser tragen. Äh. Okay. Moment, wir wollen ja... fit sein. Wie siehst du müde aus? Komm ruhig aus. Kipp nicht auf. So. Vielleicht haben wir es geschafft, Leute. Das hätte ja wohl keine paar Minuten gedauert. Nein! Okay, den machen wir doch eben fertig. Halt! Kein Schritt weiter. So. Mew. Natürlich hast du Mew. Was sonst? Schon fliegen! Ah! Metronom Glut. Tschüss. Hast du eine bessere Feuerattacke als ich? Damit. Wow. Fliegen! Wollen wir ein bisschen hier beilen. Danke, Labradus. Ich muss nämlich jetzt noch weg. Los, Mew! Stirb! Mew! Raichu! Das ist nicht gut. Ähm. Dafür hätte ich jetzt meinen Eiersalat gebraucht. Komm, Smukemuri. Du bist dran. Dein Einsatz. Raichu! Äh. Äh. Psychokineser. Bring, bring, bring. Tore. Wir holen uns hier, wir hauen uns hier einfach durch. Hauptsache jeder drittklassige Trainer hat einen. Ich hoffe der Rocket Boss nicht. Ich hab den Lieder behiesi. Bitte verschone mich. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit dem Team Rocket Boss. Scheitert das nächste Mal wieder ein. Würde mich freuen für einen Daumen nach oben. Bingo. Ähm. Bis zum nächsten Mal und tschüssi. Bis zum nächsten Mal.